Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich wünsche euch vor Ostern, ich weiß nicht ob für euch Ostersamstag oder Ostersonntag oder Ostermontag mal schauen. Für mich ist heute kein Freitag, ich werde heute mal das Osterlamm ein wenig anders bereiten. Ich habe hier diesen neusilländischen Lammrücken bei Aldi gekauft, 27,99 Kilo. Dieses Viertel Kilo hat 26 gekostet, 224 Gramm sind es um laut zu sein. Ich habe bei Weihnachten auch für euch gegrillt und auch das letzte Mal gegrillt für mich. Da habe ich auch teure Fleisch verarbeitet, das werde ich jetzt immer so machen wenn Feiertage sind. Und dann habe ich hier noch dieses wunderbare T-Bone Steak, 20 Euro oder Kilo. Was ich sonst noch mache, das könnt ihr im Videotip lesen oder sonst gleich hier im Video sehen. Wir werden heute machen diese Sommersteaks von Aldi. Die sind ein bisschen trocken, das habe ich letztes Jahr schon mal gehabt. Dann werden wir den eben angesprochen bezeichneten Lammrücken machen. Hier nochmal das T-Bone Steak. Dann machen wir wenig Kalbsbratwurst, so eine Art Mergesse. Dann habe ich hier noch Thüringer Rostbratwurst von Aldi, finde ich auch ganz interessant. Dann habe ich hier noch Bratwürste von Netto, die schmecken auch aus der Pfanne ganz gut. Die habe ich schon mal ein paar Mal gemacht. Ich glaube die habe ich euch auch schon mal im Video gemacht, die weiß ich nicht mehr. Und dann werden wir noch diesen wunderschönen Bauchscheiben essen oder machen. Und wie ich die mariniere, seht ihr jetzt. Und auch wie ich dieses T-Bone Steak mariniere. Mit diesen vier Gewürzen werde ich jetzt diese Bauchscheiben gewürzen. Einmal mit dem Welldown Traditional Barbecue Whap, Welldown Summonide Barbecue Whap und den Texas Style Barbecue Whap. Die habe ich hier alle mal in einem Video getestet. Und dann benutze ich noch dieses Chili Jalapeno Tortug von Aldi. Die sind alle von Aldi. Aber diese Gewürze kriege ich hier auf Amazon. Darum werde ich euch die auch unten in der Videobeschreibung verlinken. So, ich habe jetzt hier Bauchscheiben von Aldi. Die mache ich mal eben auf. Schon wieder so eine Geschmackssache. Hatte ich es heute vorhin mit meiner Mutter drüber. Jene finde diese gut, weil die eben so dumm sind. Das finde ich gerade scheiße, weil die dann eh nur trocken werden. Wenn man sieht, eine Minute reicht schon. Eine Minute zu lange auf dem Grill lässt. So, ich achte einfach ein bisschen was von den Gewürzen drauf. Ich mache natürlich von beiden Seiten. Ruhig kräftig. So, das drücke ich eben wieder ein bisschen an. Dreh das auf die andere Seite, dass auch überall was von der Gewürzmischung hinkommt. Ich hätte natürlich noch ein anderes Brett nehmen können, dass ich keine Lust habe abzuwaschen hier auf dem Karfreitag. Darum muss ich halt mal eben so sehen. So, hier haben wir dann meine Bauchscheiben. Die sehen soweit ja echt gut aus. Weil Ostern ist, habe ich mir mal was gegönnt. Ihr könnt es selber lesen. Ein T-Bone Steak Natur vom Rind. Kilo 20 Euro. Das kleine Stückchen hat 11,22 Euro gekostet. Auch wenn ihr erzählen könnt, dass ich es auch der Kombi in meiner Stadt gekauft habe. Ich musste leider gerade selber bezahlen. Also in meiner Auffassung ein sehr schönes Stück Fleisch. Ich habe jetzt keine Ahnung vom Fleisch. Das muss ich zugucken. Es ist ein T-Bone Steak. Woran erkennt man das? Der Knochen ist halt Teefirm. Das hier ist der Knochen. Das ist halt Tee. Und das werde ich jetzt einfach nur mit ganz normalem Salz aus dieser Gewürzmülle hier, die ihr unten in der Videobeschreibung findet. Einmal kurz Übersalz. Ich will einfach nur Rindfleischgeschmack haben. Ich will da keine lustigen Gewürze dran haben. Ich will einfach nur einen kurzen Fleischgeschmack haben. Darum einfach nur ganz langweiliges Salz. Was ich da aber noch eben drauf mache, um den Rindfleischgeschmack zu bestärken, ein bisschen Olivenöl. Das mache ich eigentlich nur drauf, weil das beides ja hat einen ziemlich strengen Geschmack. Es hat einfach nur den Sinn, ein bisschen verteilen, dass das Salz dann ein bisschen besser dran kleben bleibt. Weil ich habe nur noch eine gute Stunde Zeit, bis ich den Grill anschmeiße. Und dahin zieht das Salz natürlich nicht ein. Andere Seite genauso. So, angezündet wird heute mit Grilli-Willi. Sicherheitslasche, Grillkohl- und Kaminanzünder. Und mit diesem Feuerzeug hier auch von einer Haushaltsauflösung. Also nachher habe ich mir erzählt, diese Grilli-Willi habe ich für eine Haushaltsauflösung gefunden. Ich dachte, dann nehme ich mal mit. Das ist ein cooles Gadget für meine Grillvideos. Ich weiß nicht, wie alt das ist. Jedenfalls steht hier zwei Preise drauf. Einmal nach oben, 7,95 der D-Mark-Preis. Und 3,99 Euro von Conti-Hend. Die Firma kenne ich gar nicht. Ich meine, die Flasche habe ich in Hefe gefunden. Aber ich will den Laden dann nicht. Oh, ihr seht, ich habe wieder höchst qualitatives Grillholz. Das ist alles Zeug, was ich irgendwie da im Schrott gefunden habe. Spatenstiele, Axtstiele. Ganz schön windig heute. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Die Zeitung ist mir gerade schon untergeweht. Das hier ist ein CD-Bus aus meiner alten Zeitung. Ein bisschen kohlen lassen, damit er nicht gleich beim Runterfallen ausgeht. Ich glaube, der Grilli Willi will nicht mehr brennen. Doch, jetzt fängt er da unten an zu brennen. Jetzt geht's los. Ihr könnt sehen und hören, der Kollege Waschmaschinengrill tut seinen Bedienst. Mein hochkonditatives Holz brennt auch super und sauber ab. Auch heute wird mir meinen Grillkocher zur Verfügung stehen. Von Brutzler. Cooles Ding findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich denke mal, dass ich heute nur die Grillzache benutzen werde. Ich bin echt froh, den zu haben. Dieses Grillrost kennen auch noch meine Stammzuschauer. Das habe ich nämlich mal selber gebaut, als ich letztes Jahr Corona hatte. Das habe ich zur Zeit gebaut, als ich diesen Waschmaschinengrill gebaut habe. Das wird die V2R Edelstahl hier. Den habe ich mit Mischgas zusammengeschweißt. Aber es hält immer noch. Ich habe es aber auch erst zweimal benutzt, damit es zu schade und zu teuer ist. Aber heute werden wir das jetzt benutzen. So, ich fange jetzt mit meinem T-Bone Steak an. Das packe ich jetzt einfach hier auf den Grill. Da haben wir jetzt das gute T-Bone Steak. Ich denke mal so zweieinhalb Minuten von jeder Seite. Ich werde ihn mal kurz ziehen lassen und dann noch mal ein bisschen warm machen. Dann müsste es eigentlich gut sein. So, also mit ein bisschen noch innen noch leicht roh, damit das nicht zu zäh wird. Ich bin gespannt. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie geguckt, wie man da seid nicht zubereitet. Ich probiere mal wieder ein bisschen aus. So, ich will das jetzt in Dreh. Mal gucken, ob ich das mit euch in der Hand kriege. So, das geht ganz gut. Ihr seht, das lodert alles schön vor sich hin. Und ich werde das jetzt rüber nehmen und dann ein wenig ziehen lassen. So, während das T-Bone Steak ein wenig ruht, werde ich mir eine so eine Bauchscheibe machen. Die muss natürlich auch auf hoher Hitze angebraten werden. Dann sind die eine Minute pro Seite und dann sind sie auch schon fertig. Also jetzt schön hier in der Hitze einmal pro Seite ungefähr eineinhalb Minuten drauf. Wie ich ja nämlich schon beim Marinieren gesagt habe, das Fleisch ist ekelhaft dünn. Ja, das wird sonst nur zäh. Und das ist eigentlich, das mache ich das gerne, wenn das noch ein bisschen nass ist. Wenn das nur feucht ist. Aber heiß ist das hier wirklich. Ich habe einen heißen Job. Jetzt drehe ich das einmal um. Ja, macht zwar keinen Sinn, ich werde jetzt aber erstmal die Bauchscheibe essen, weil das T-Bone Steak würde ich noch ein bisschen ruhen lassen. Und dann werde ich auch mal kurz noch auf den Grill packen. Wie gesagt, eineinhalb Minuten war das jetzt drauf. Das Fleisch ist soweit durch. Schmeckt auch fett. Schmeckt halt diese Barbecue Gewürze von Aldi raus. Kann man sehr gut rausschmecken. Schmecken für mich fast alle gleich, nur das Rote. Das differenziert sich ein bisschen vom Geschmack. Ich bin da kein Fan von, aber auch kein Hass davon. Aber so als Bauchscheibe wollte ich immer mal zum Grillen benutzen, weil ich das meist immer nur für Pfannengerichte benutzt habe. Aber so ein Barbecue habe ich noch nie benutzt. Es schmeckt aber gut, passt auch unglaublich zu diesem fettigen Fleisch. Ich esse das noch aus und dann geht es ans T-Bone Steak und dann kommt der Lammrücken rein. Ich habe jetzt hier meinen Lammrücken von Aldi liegen. Ich werde die Packung öffnen mit diesem Eden Messer, das werde ich euch auch verlinken. Ich bin da totaler Fan von. Dieses Produkt werde ich über dieses Messer, das teste ich auch noch in einem Video separat, das habe ich noch nicht veröffentlicht. Aber es wird noch kommen. Es ist nämlich saumäßig scharf. Von so einem Messer wollte ich immer mal haben. Wie ihr seht, das wird ein schönes Stück Fleisch. Echt schön anzugucken. Das kommt jetzt bei Schafverhitze auf den Grillen und in die etwas gemäßigere Zone. Da kommt dann mein Rindfleisch nochmal. So, Fleisch liegt jetzt auf dem Grill. Es ist nicht mehr ganz so heiß wie vorher, aber es langt noch. Da kommt jetzt gleich erstmal das Rindfleisch noch zu. Wie ihr seht, das Lammfleisch liegt jetzt in einer heißen Zone des Grills. Die ist durch Zufall entstanden. Und das Rindfleisch liegt ein wenig abseits von T-Bone-Steak. Das soll nur ein bisschen warm werden, damit es auch innen nicht zu blutig ist. Das ist auch nicht so mein Fall, wenn das komplett blutig ist. Ich dachte hier so Müll. Mal gucken. Es ist jetzt ungefähr zwei Minuten drauf. Ich meine, das Lamm, das soll natürlich auch nicht komplett gar sein und trocken sein. Aua. Hier ist dann doch ein bisschen geträglicher zu stehen. Ich würde dann auch mal auf die andere Seite drehen. Schönes Muster. Das sieht echt nass aus. Muss ich mir selber loben, loben. Ich muss mal mit dem Tisch abwischen. Bei Nacht haben wir so Fleisch vorher eingeölt. Neue Kamera muss ich auch haben, glaube ich. Das Bild ist sowas von Schkacke. Sie kriegt die Dünse nicht mehr sauber. Egal, wir schneiden jetzt das Fleisch in meinem Magen. Ich denke mal, ich habe es ein bisschen zu lange drauf gelassen. Wollte hier so eine leicht rosenden Kern haben. Muss das wie zu lange gewesen sein. Ne. Das war zu lange drauf. Scheiße. 11,22 im Arsch. So sieht das jetzt aus. Ich meine, das ist über den Sieg. Das war für meinen Geschmack und für den Geschmack. Ich bin zu lange drauf. Schande auf mein Haupt. Das war dann doch ein bisschen dünner als gedacht, dieses Fleisch. Schmeckt das ja trotzdem groß. Geschmacklich ist da nichts anzuwenden. Nur es ist halt zu lange drauf gelassen. Es ist leicht zäh. Es ist auch kein großer Hirnfleischgeschmack mehr da. Junge. Aber Geschmack ist wirklich sehr gut. Nur leider war es zu lange drauf. Ich hätte das nach dem Huhn nicht wieder drauf backen sollen, glaube ich. So, jetzt haben wir hier das Lamm. Das wollte ich auch ruhen lassen, dann wieder auf den Grill packen. Aber da ich gerade vom T-Bone-Steak gelernt habe, dass das dann eventuell zu durch sein könnte, mache ich das jetzt nicht. Wir schneiden das jetzt so auf, wie gerade das Steak. Das ist mir persönlich aber noch zu hoch. Gucken, wie es hier hinten ist. Da ist es gut. Ich hätte auch gedacht, dass das auch zu durchfährt. Wäre das noch zu hoch ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Probieren wir mal. Ich habe jetzt ein Eckstück aufgeschnitten oder ein Endstück. Das habt ihr gesehen. Da probieren wir jetzt. Das schmeckt aber echt super. Es ist schön saftig, es ist nicht zäh. Man kann es ganz gut beißen. Wirklich eine schöne Konsistenz. Mir schmeckt es auch gut. Ich habe das ja schon fertig mariniert gekauft. Aber die Kräutersauce, die da drüber passt, unglaublich gut zum Lammfleisch. Aber das Fleisch schmeckt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich werde das nur noch ein bisschen drauf lassen, weil das ist mir dann doch selbst mir noch ein Stückchen zu roh. So, kommen wir jetzt mal zu den Bratwürsts. Die müssen heute weg. Das habt ihr auch auf dem Paket schon gesehen. Ist eine schöne feine Wurst. Ist aber auch nicht ganz günstig mit 10,37 Kilogramm. Dann werde ich mir jetzt hier eine Thüringer Wurstbratwurst rausnehmen. Wir hatten sie im Angebot 690, die 1000 Gramm hier. Oder 590, weiß ich nicht. Ich nehme die hier, weil ich die schon quasi eingestochen habe. Das mache ich jetzt nochmal. So, dass mir die nicht gleich mit dem Grillen wegkratzt. So. Hier haben wir erstmal die Wurst von Zett. Die schmeckt aus der Pfanne übrigens sehr gut. Dann hier die Thüringer von Aldi. Und jetzt noch die Merges. Die muss ich auch noch mal einstechen. Fällt mir gerade ein, nicht Düssel. Wie gesagt, die Merges muss ich dann einmal einstechen. Die Wurst ist sehr weich. Oh, heiß. Ihr seht, die Würste liegen jetzt hier auf dem Grill. Das Holz ist fast verbrannt. Und es glüht mehr oder minder noch. Aber es ist trotzdem brüllend heiß hier. Also ideal für Bratwürste. Ich glaube, wir werden es auf der anderen Seite filmen. Wenn das jetzt brennen würde, wie gerade eben, dann würden die Bratwürste natürlich logischerweise nur schwarz weg platzen. So, sieht das Ganze schon besser aus. Jetzt ist es auch nicht zu durch. Wir probieren das Lamm jetzt nochmal. Schmeckt wirklich fantastisch. Es schmeckt zwar nicht unbedingt wie Lamm. Es hat so einen leichten Damm-Charakter, aber es schmeckt nicht so extrem nach Lamm, wie man sich das vorstellt. Es ist so teuer, das Stück Fleisch. 22, äh, das Stück Fleisch hat 6,27 Euro, glaube ich, gekostet. Und Kilopreis lag bei 23 Euro knapp. Es ist viel Geld, aber das Fleisch schmeckt auch unglaublich gut. Es ist super zart. Man kann es wirklich toll essen. Und wie ihr sehen konntet, ist es auch nicht für ihr zufrieden. So, ihr hört es zischen. Die Bratwürste müsste, denke ich mal, gedreht werden. Das hätte aber noch Zeit gehabt. Wie gesagt, das Feuer ist was verkohlt, das Holz ist was verkohlt. Hier ist es noch ein bisschen wärmer, da wird die Wurst schon braun. Die Thüringer, oh, die hat schon gut Farbe bekommen. Ebenso wie die Barbecue-Wurst von Netto. Ja, wir sehen konnt, die Bratwürste sind fertig. Ich hab das jetzt nicht unnötig gefilmt, weil wie man eine Bratwurst gerät hat, glaube ich, jeder schon gesehen. Oder kann auch irgendwie jeder. Ähm, ich hol jetzt mal mal mehr. Aber ich kann euch jeden besser wirklich nur empfehlen. Also ich finde das wirklich klasse, ich bin froh dazu haben. Ähm, ja, ich fang jetzt einfach mal an mit der Thüringer Bratwurst. Ich hab ein Stückchen aus der Mitte raus. Ich hab hier auch eine Gabel mit rausgebracht. Heute ist es auch wieder extrem windig. Es tut mir leid, dass ihr solche Windgeräusche in der Kamera habt, aber ich kann das nicht an. So, das ist jetzt hier die Thüringer Bratwurst. Ziemlich weich, aus der Pfanne mag ich die nicht, weil die mir wirklich zu weich in der Pfanne ist. Aber vom Grill schmeckt die wirklich gut. Schmeckt, glaube ich, so eine klassische Bratwurst, weil es eine klassische Bratwurst ist. Aber schmeckt gut. Dadurch, dass ich die eingeschlossen habe und das Wasser da raus läuft, ist die auch nicht mehr so flüssig und nicht mehr so weich wie aus der Pfanne. Darum finde ich die ganz gut. Und dieser Rost, der Rostgeschmack des Grills passt auch unglaublich zu der Bratwurst, finde ich, zu der Thüringer Wurst. Jetzt probieren wir noch eben zusammen die Barbecue-Wurst von Netto. Auch da schneide ich mir die von ab. Die schmeckt mir auch aus der Pfanne gut, ich habe es gerade schon gesagt. Frittiert habe ich die, glaube ich, auch schon mal. So sieht sie aus. Schmeckt wirklich gut. Die Bratwurst schmeckt wirklich klasse. Ich mag die gerne essen. Ich habe sonst auch gerne diese 10er-Pakete von Aldi gegessen, aber die schmecken seit zwei Jahren sowas von scheiße. Darum kaufe ich die nicht mehr. Ach halt, mir schmecken sie nicht so. Mal so sagen. Und diese Bratwurst von Netto schmeckt wirklich gut. Bloß, was mich an Bratwürsten zerstört, ist, dass die unglaublich teuer geworden sind. Gut, alles ist teuer geworden, dann würde ich ja nicht abstreiten. Aber ich finde auch, dass Bratwurst im Vergleich zu festem Fleisch unglaublich teuer ist. Wie oft hat man eine Bratwürste, wie man Blei zum Beispiel, die kosten weit über 10-12 Euro das Kilo. Und das gleiche kostet ein Stück Grimmfleisch auch im Angebot. Und das ist irgendwie so ein Sachverhalt, der mich stört. Muss ich wirklich sagen. Aber ich habe früher gerne und viel Bratwurst gegessen. Aber mittlerweile ist das so ein kleines Luxusprodukt. Und dann kann ich aber, wenn ich überlege, dass Bratwurst irgendwie 8-9 Euro das Kilo kostet. Und ich bei 9 Euro für 9 Euro bei Netto auch ein Stück Grimmfleisch bekommen kann, dann kann ich ein Stück Grimmfleisch essen. Ich brauche sie nicht das. Das hier ist die Merges. Die habe ich gerade vom Grill geholt. Auch die schneide ich mal eben ein. Die braucht dann, wenn die länger wollen, weil die... Man konnte merken, dass die heute ablaufen. Dann probieren wir mal ein Stück, was? Das soll Rindfleisch sein, schmeckt aber nach gar nichts. Wie so eine wurstige Masse hat man halt im Mund. Irgendwie ein Kraut schmeckt daraus. Aber das schmeckt mir überhaupt nicht. Enttäuscht wäre ja zu viel gesagt. Aber ich bin da auch nicht positiv von angekert. So muss man es mal so sagen. Hier ist die auf. Wir schmecken sie aber jetzt nicht wie draußen. Wir haben sowas leicht oriental ist und sowas leicht südöstliches. So muss man es mal sagen. So, erstmal gesagt. Die Sommersticks, die ich da im Intro gezeigt habe. Die habe ich heute nicht mehr gemacht. War auch so genug. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wie gesagt zu dem Eden Messer. Da kommt auch ein Review auf meinem Kanal. Das habe ich jetzt vorher Ostern nicht mehr geschafft. Ich finde das Messer toll. Darum verdiene ich es auch guten Gewissens. Ebenso mit dem Grillkoffer und auch irgendwie Fleisch. Unten in der Videobeschreibung. Ja, mein Video gefällt mir das auch zu finden. Ich bedanke mich jetzt dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch schöne restliche Ostern. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.